willkommen zurück zu einer neuen folge live ja wir suchen was suchen wir haben wir alles wir sind auf der suche nach zigaretten ja was braucht man auch sonst in so einer welt hier irgendwo wird es die vielleicht geben sind wir da ist sowieso schon ziemlich voll aber macht die wasserflasche mal gucken die geben ausdauer zurück also wenn ich irgendwie mal unten kurz vom abnehmen was braucht ihr ja was braucht er alles hat der tomate jetzt nur eine tomate finden was das denn rattenfleisch ok also tomatenzigaretten irgendwie austauschen können na gut kurzzeitgedächtnis oder wie ne ich doch gerade gesehen du vogel zum beispiel rattenfleisch gibt das denn oh guck mal das kann immer so schlecht gut wo kam ich hier runter gut ja wie man es jetzt am besten die karte noch mal angucken er klettert aber in zeitlupe hier runter da schon ausdauer gebraucht du bist der unten ist jetzt kommen wir vorne auf die hauptstraße ja ich muss da hinten weiter suchen ja ja also sie ist und hier links rüber müsste ich eigentlich schon alles untersucht haben ach ja von hier kam ich ja eben schon dann klettern wir jetzt hier nochmal hoch gehen dann oben rum also jetzt nach rechts ach da liegt ja auch noch was gut dass wir nochmal hier rüber waren malzeit sage ich meine tochter mal wir haben alle echten probleme ja also jetzt war ich rechts rum jetzt gehe ich mal links rum also geradeaus sie sieht man an der rüberstation aus da könnte ich ja eigentlich zuerst auch mal rein gehen wir mal kurz hier runter aber da scheint nichts zu liegen doch da geht es ja noch weiter aber was doch da hinten liegt was erste hilfe kosten gut ich muss wieder hoch ich muss wieder hoch komm hier nirgendwo hochklettern das ist etwas blöd ich hoffe die leiter schafft er noch weil die leiter liegt die klettert ja echt sowas von der maße scheiße langsam hoch aber irgendwo muss hier was sein dass er auch irgendwo zwischendurch mal hochklettern kann so also unter in die u-bahn muss ich nicht da brauche ich jetzt nicht mehr gehen wir halt nochmal rechts rum vorne in die Bushaltestelle wollte ich mal gehen da was drin ist da ist was drin da hinten auf der anderen seite ist auch was da müsste ich aber hinten rum gehen hier ist ein kleiner Übergang wo soll denn hier ein Übergang sein was ist das oh ratelt falsch nochmal was war das ja da komme ich aber jetzt momentan noch nicht hin ja da ist ein Übergang da gehen wir jetzt gleich hin wenn ich das auf der anderen seite holen kann ich war jetzt nicht vorne in der Ecke war ich jetzt ich bin nur gerade was am gucken ich werde hier fixiert beim let's play werde ich doch sehr interessiert von meiner Tochter beobachtet ich finde die ganz toll ich finde die ganz toll ist nicht so dass ich nicht sonst auch mit meiner Tochter rede aber das hier finde sie anscheinend ganz toll ja doch so jetzt nochmal hier rechts um die Ecke ich glaube es sah aus wie Obstsalat da hinten auf der anderen seite ich weiß nicht ob ich so schnell zu dem Typen bin kommt der hier äh äh ich geh doch hier hoch einfach der da jetzt rum geholtert hat hallo ist hier jemand und so das ist doch Obstsalat das ist doch Obstsalat jetzt sind wir hier hin 1,2 doch hier gehts runter scheiße ach so das ist nochmal wo kann man da hochklettern oh das wäre sehr gut oh das wäre richtig geil ich hier hochklettern könnte komm schon komm schon komm schon Karte aktualisiert ah sauber das ist gut das ist richtig gut kann man sich das von oben mal ein bisschen anschauen da kann man nämlich auch wieder runter ja da soll aber auch ein kleiner Übergang sein der ist aber gesperrt oder was sonst gehts da nicht weiter ah hier guck mal hier ist ein ganz langer Zwischengang oder boah das siehst du gar nicht der scheint aber auch gesperrt zu sein ich kam von da oben das muss ich mir gleich nochmal angucken also ich guck mir erstmal noch hier die Seite an da kann ich bis dahinten rüber gehen gucken was hier noch so liegt da ist doch jemand alter da ist jemand Alter was ist das was ist das was bist du denn ach du scheiße ey komm ich rüber ne bevor ich hier rüber gehe untersuche ich erst noch hier hinten alles oder ich komm nicht zu dem hin ich komm nicht zu dem hin ich sag mal Gott sei Dank komm ich nicht zu dem hin jetzt ist er auch weg Gott sei Dank ist er weg ok ich muss ihn nochmal hochklettern oder was ja da ist was oder was ja da ist was direkt wieder runter nochmal noch mal Obst Salat noch mal Obst Salat noch mal Obst Salat hier hat doch vorne soll ein Übergang sein ey das ist naja muss ich jetzt nochmal hier vorne hoch das interessiert mich jetzt aber doch mal da geh ich nochmal rüber da hat ja auch schließlich irgendjemand gerufen boah das Vieh da vorne ey boah was ist das wahr hier soll das sein hier soll das sein ich frag mich was das Vieh war ich frag mich was das Vieh war okay oieieieieiei so jetzt gehen wir mal genau da hin ich komm ja doch auf die andere Seite und kann dann auch da hochklettern das da vorne sieht da ist zumindest was zum hochklettern ich wüsste ich wüsste jetzt nicht genau wie ich da hinkommen soll ja jetzt geh ich anscheinend genau drauf zu hier ist aber nix Leute ich seh hier nix keine Ahnung irgendwie kommt bestimmt da hin aber ich weiß nicht wie irgendwie ich sehe hier nix ja da schreit jemand aber es tut mir leid ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll keine Ahnung naja jetzt müssen wir nochmal hier hoch hilft ja nix ich muss auch schon Kaffee trinken wo man reingeht wo man reingeht okay so dann gehen wir hinten mal über die kleine schmale Stelle drüber Zigaretten und Tomate Zigaretten und Tomate Zigaretten und Tomate Zigaretten und Tomate was man halt so braucht ne neuer part ist ja auch gleich wieder vorbei sehr ereignis reich so dann gehen wir noch schnell hoch sammeln ein bisschen ausdauer ja ich freue mich wenn man da hinkommen soll hat ja irgendjemand hilfe gerufen ja oder hier von der anderen seite von da dass man irgendwie drauf kommt und dann da hingehen kann aber center hier muss ich bestimmt auch noch irgendwann hin ich gehe wahrscheinlich schon viel zu weit vor oder so leute der part gott sei noch grad so gesehen ich danke fürs zuschauen ohne vorspannen bis zum nächsten mal